Willkommen zu meinem Video. Ich habe eine Idee. Als ich wieder mal mit einer Person über die Ungerechtigkeit des Kapitalismus gesprochen habe und sie mir eine Meinung gesagt hat eben, ich möchte die Person jetzt nähen eben, ist mir nach langem Nachdenken etwas eingefallen. Wie wäre es mit einer Steuer für Firmen, die bei ihrer Produktion ihre Produkte Menschen ausbeuten und die Umwelt verschmutzen? Damit meine ich, dass die Produkte, wo Menschen ausgebeutet werden, wo die Umwelt verschmutzt wird und wo Tiere gequält werden, teurer werden als die Produkte, die zum Beispiel Bio sind oder wo Menschen nicht ausgebeutet werden. Die Konzerne würden endlich für ihr geldgieriges und egoistisches Verhalten bestraft werden. Vielleicht würden die Konzerne sich dann endlich ändern, denn sie müssen Steuern zahlen, wenn sie so weitermachen. Also sie müssten eben eine gewisse Summe zahlen, wenn sie eben diese Produkte weiterverkaufen eben. Und das heißt, die Produkte werden teurer werden, die Konsumenten müssten sich entscheiden, ob sie wirklich mehr zahlen müssen, ob sie weiter diese Produkte kaufen wollen, wenn sie mehr zahlen müssen eben. Das Problem ist aber eben, das Problem ist eben, dass die Konsumenten dann ihre Einkaufsgewohnheiten ändern müssen. Und nicht jeder wird nur, weil die Produkte seiner Lieblingsfirma teurer werden, seine Einkaufsgewohnheiten ändern. Und ob die Regierung das machen würde, wäre auch fraglich. Denn die Steuer wäre für den Staat nicht so rentabel. Weil die Einnahmen durch die Steuer schwanken würden, wenn die Konzerne sich ändern würden. Weil ja, die Konzerne würden dann vielleicht weniger zahlen müssen, wenn sie sich ändern würden. Die Zahl, also die Einnahmen durch die Steuer würden sehr schwankend sein. Wären sie vielleicht hoch, weil viele Konzerne eben die Steuer zahlen müssen, weil sie ihre Produkte schlecht haben. Zum einen mehr als ein riesengroßer Aufwand, das Produkt zu prüfen eben. Zum anderen muss es sich für den Staat lohnen eben. Sonst macht es der Staat, macht es der Staat nicht. Und ich glaube nicht, dass der Staat das machen würde, weil es muss sich lohnen. Und es lohnt sich nicht für den Staat eben sowas zu machen, weil zum einen die Konzerne würden protestieren, bis zum geht nicht mehr. Zum anderen, die Einnahmen würden ziemlich schwanken dabei bei dieser Steuer eben. Aber es wäre eine sinnvolle Steuer eben. Und das war es dann schon mit meinem Video. Ich habe eine Idee. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.